Hallo Freunde, der Dave von SwissChiefHD wieder am Start, heute mit der 8. Folge von unserer Road to Top 5 Tore der Woche. Insgesamt mit der 2. Folge auf der Next Gen. Letzte Folge haben wir ja ein ziemlich geiles Tor gemacht, nach diesem Freistoß die Flanke und dann der Fallrückzieher perfekt in den Winkel geklatscht. Und ja, wir hoffen, dass wir natürlich diese Folge auch wieder so geile Tore auf der Next Gen schiessen können, weil die Animation sah schon geil aus in der Wiederholung. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heissen Brei rum und suchen uns gleich mal den ersten Gegner. Ja, gefällt. Ja, natürlich kannst du einfach auch keine Gegentore über solche Tore. Wenn die mehr rausgehen. Alter, das war bei PS3 auch schon so, dass die einfach mitten im Spiel, das ist nichts los, die gehen einfach, kein Bock mehr. Ich habe dir echt gedacht, du hast dich vertippt oder so. Die ganze Zeit. Oh shit. Scheiße, ich sehe. Erstes Tor kassiert, Dave. Äh, von Calvino. Oh, schön gemacht. Oh, perfekt eingesetzt, Mann. Nice, komm, gib ihm. Come on, schieß doch, du Mistgeburt, das wäre so geile Antwort. Alter, war das dumm von mir, mein Gott. Oh, scheiße. Du bist behindert. Ja, voll. Aber egal, ich mache auch Fehler. Alter, ich probiere mal etwas. Ich glaube zwar nicht, dass es geht, aber... Oh mein Gott. Ich habe eigentlich mit Scoop-Tönen gehofft. Das kann man auch mal machen. Ja, voll. Hast du jetzt auch wieder los. Ja, nice. Nice, war geplant. Ich flanke rein. Nice, nice. Nein! Oh, Skorpioncake hätte er den jetzt gemacht, ohne Spass. Alter, nein. Nein, nein, nein. Richtiges Geschenk war das. Drei Leute unter dir. Okay, jetzt sind noch zwei. Alter. Perfekt, Mann. Das wäre geil gewesen. Vor allem, weil du wieder übernommen hast, Mann. Dann haben wir beide am Tor etwas beigetragen. Alter. Der hat uns den Torhüter gerade auseinandergenommen. Oh, shit. Ja, wie der ist so angest, Mann. Nice, Mann. Setz dich durch, Mann. Hätte der jetzt nicht einmal durchgehen können. Einmal, wenigstens. Sicher wieder aufs Aal. Nein! Fuck! Oh, nice. Nein! Oh, das wäre auch wieder geil gewesen. Du machst du Vorarbeiten dann. Übernehme ich. So, das war es mal wieder von der achten Folge von unserer Cope Season. Wir hoffen natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Es waren diesmal ganz okay Tore dabei. Das eine von Chris war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich denke mal nicht, dass wir das einschicken werden. Vielleicht doch. Ihr werdet es ja dann sehen. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.